moin leute und willkommen zurück bei subnautica ja ich bin immer noch da und ich werde euch was zeigen 500 meter geradeaus schweben ein bisschen leider ich würde ja gerne mit meinem zyklopen lang fahren aber ihr hört es schon man lässt mich nicht bei dem skelett hier aber ich wollte mir was hingelegt mich auch weiß dass das richtige skelett ist hallo jetzt haben ich weiß jetzt nicht wie es bei euch aussieht dort ob hier auch die dinger sind aber er mag gerne hauen ich kann es mal hauen ja und da hoch müssen wir und ihr seht hier schon ein eingang von der alien technologie ich bin jetzt hier nicht drinnen also mach ich mich besser stirb! Geh weg! Wie mein Eiers Oh, ist so ein komischer kleiner Weg hier runter das ist natürlich nicht so tief und da seht ihr schon das Wärmekraftwerk Ich lass den hier mal auf die Spree hin mal kurz hoffentlich ist es noch eine Sicherheit und hier ist es Geh weg wenn das Wärmekraftwerk glaube ich jetzt sehen ja und wenn ihr das hier sehen habt habt ihr schon die Trophäe hier geht's rein mal wieder Scanner in die Hand nehmen ihr seht habe ich für alle meine Teile mal mitgenommen das cool ist hier Tafel rein damit und da seht ihr schon die blaue Tafel erstmal scannen damit wir sie bauen können und mit dem EMSD Hey Ah Okay, kann man Ionenwürfel abbauen äh will man noch nicht hin wir gehen erstmal hier lang mal gucken was hier schönes ist okay, hier kommen wir raus mal wieder es gibt also zwei Eingänge hier ist ein Portal mal gucken wo wir da hinkommen ich glaube ich wüsste wo das ist also hier ist schon noch ein langer Weg nach unten ne haben wir hier Starttafel und noch ein Lila und noch ein Lila schmeiß mal das da rein das ist gut das ist ja okay ok 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 eine blaue Tafel was hat er gesagt? wir haben neue Ionen Batterie ok das haben wir noch das brauchen wir noch viel Gold zu machen naja Ionen Energiezelle ok hält wahrscheinlich länger ok cool ja somit war es das Wärmekraftwerk hier mal gucken mal gucken mal gucken mal gucken mal gucken mal gucken mal schauen wir mal rein wo uns das hinbringt es bringt scheinlich irgendwo hin wo man schon mal war aber leider müssen wir das ja erstmal freischalten ne und wie weit ist mein Basis entfernt 61200 Meter bei 126 ne 1200 Meter mal gucken vielleicht mal gucken 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 jetzt hat sich was geändert gut Leute wir sind hier wieder in der richtigen Einrichtung die Abschnittseinrichtung sagen wir mal so bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal